Hallo, euer Kapo hier. Willkommen zu einem neuen kurzen Watch of Realms Video. Und zwar geht es eigentlich nur darum, dass wir Content Creator einen Link bekommen haben, wo ihr alle, wer es noch nicht weiß, an einem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und zwar so die Toppreise, da gibt es das iPhone 14, PS5 Konsole, Nintendo Switch, Amazon Gift Card und halt generell In-Game Belohnungen. Also ich selber habe bis jetzt hier fünfmal an den Rad gedreht bis jetzt. Wenn man zwei Punkte hat, die man hier unten sammeln kann, dann kann man an so ein Rad drehen. Und wie gesagt, wer das tut, kann auf jeden Fall Sachen gewinnen. Ich habe selbst mit, ich glaube, vier oder fünf Drehungen habe ich schon zwei Giftcodes bekommen, wo ich halt In-Game Belohnungen bekommen habe, was jetzt sowas wie 60 Energie und 10 Kristalle oder so sind. Ist jetzt nicht die Menge, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist ja besser wie nix. Und es ist halt kostenlos. Es ist auch ein offizieller Link vom Betreiber, also von Watch of Realms und nicht von irgendjemand anders. Also da könnt ihr getrost den Link nutzen. Ja, das war es auch eigentlich schon. Wenn weitere Fragen sind, kommt gerne bei mir im Discord. Das verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Aber wie gesagt, ganz oben verlinke ich euch immer den Link zu dem Gewinnspiel. Es läuft aktuell noch zwölf Tage und ja, da könnt ihr noch ordentlich In-Game Belohnungen oder sogar vielleicht einen Hauptpreis abstauben. Werdet ihr sehen, könnt ihr ja gerne berichten in der Videobeschreibung, ob ihr schon was gewonnen habt. Gut, ansonsten wie immer sehen wir uns im nächsten YouTube-Video. Euer Kapo. Macht's gut. Ciao, ciao.